Moin zusammen und herzlich willkommen zur Party. Willkommen zu Samaros 3. Wir haben beim letzten Mal etwas nicht gemacht, was mir nötig scheint. Nämlich, dass wir hier den Polen zur Seite ziehen oder was auch immer das ist. Okay. Oh, so geht das. Ah, okay, alles klar. So, ja. Sieh mal. Oi, alles klar. Oh, hier muss er sein. So. Flutsch. Okay, wohl noch nicht so. Komm mal hierher. Alles klar. So, und jetzt nimm das mal. Ja. Super. Sehr klebrig, ne? Boing. Okay. Ja, ein großer Spaß. Okay, hat ihn eingepackt. Hey. Juhu. Okay, dann lass uns wieder zurückgehen. Und, ähm, ja. Zack, zurück. Tja. Tja. Habt Spaß, Leute. Viel Spaß. Jawohl. Oh, guck mal, der Wurm ist wieder da. Warum? Der hat doch eben sein Versteck schon verlassen. Müssen wir dem nochmal helfen? Ja, wir tun's, ne? So. So. Okay, das müsste genügen. Zack, und runter. So. Und? Nee, geht nicht. Hier. Tütt. Aber der Specht ist weg. Der Specht ist weg. Nein, da ist er wieder. Alles klar. Alles klar. Irgendwo gab es eine Möglichkeit, ihn anzuklicken. Das ist aber auch ein ein dummer Wurm. So. Würmchen? Au. Jetzt. Weg ist er. Jawohl. Okay. Das war schön, dass wir das nochmal gemacht haben. So. Und jetzt. Hey, hey, hey. Zack. Tum, tum, tum. Oh. Falsche Richtung. Entschuldigung. Jetzt sollten wir auch hier, ja, ja, diese Teile benetzen können. Und damit, yay, zack, damit diese Tasse oder was auch immer das werden wird, zusammenkleben können. So. Zack. 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 Tada. So. Yay. Juhu. Gut gemacht, ne? Jawohl. So, ich fürchte allerdings auch, dass wir... Oh, die fliegen da. Ich fürchte allerdings auch, dass wir jetzt nochmal zurück müssen, um... Naja. Um die Tasse mit Wasser zu füllen. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg nochmal gehen. Oh. Hui. So. Freust du dich? Okay. So, du kommst jetzt da ran. Zack. Jawohl. Das ist ein bisschen weit. Nein. Okay. Ah. So. Okay. So war das doch. Und wir gehen das hier nochmal. Äh. Ne, der... Ne. Der da? Der da. Alles klar. Okay. Und rüber. Juhu. Ich weiß, dass ich mir das alles merken konnte. Unglaublich. So. Jetzt müssten wir doch... Ja, die Tasse ist fertig. Ja, okay. Aber wir müssen hier nochmal etwas umstellen. So funktioniert das nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass das Wasser nach oben umgeleitet wird. noch geht's dem Affen gut. Äh, das war falsch. Warum? Hä? Warte. Wie? Ach so, ja genau. Dieses Zwischenstück muss gleich. Nein, ne? Okay. Jetzt aber. Ja, jetzt wird er allmählich umgehalten. Umgehalten. Ja, ja. Schon gut. Keine Sorge. Wir machen's dir schon wieder ordentlich. So. Die Frage ist allerdings... Hm, wie viel Wasser muss da hinein? Jetzt ist das Wasser alle. Okay. Hm. Wie kriegen wir also wieder Wasser dort hinein? Jetzt füllt es sich wieder auf. Okay, alles klar. So. La 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 la. Alles klar. Ist genug. Oi. So. Zack. Und guck. Jetzt ist er voll. Oh, und guck mal. Ah, okay, okay. Juhu. Ja, schon gut. Gut. Aber der Affe wird uns jetzt nicht weglassen, wenn wir das nicht wieder in Ordnung bringen hier. Hm. Also. Das Ding da hinein. Da freut er sich. Da ist es ihm egal. Okay. Er freut sich. Na, siehste. So. Zack. Gehen wir wieder zurück. Ja. Okay. Cool. Okay. Und jetzt. Äh, genau. Rüber. Rüber. Nee, nee. Nee, nee. Sagt er da. Oh. Zack. Jawohl. Nee, das war schon richtig. Äh. Nee, wie kriegen wir ihn denn? So kriegen wir ihn höher. Das reicht noch nicht. Das reicht aber. Okay. Juhu. Genau. Hm. Okay. Und. Jetzt lass uns mal gucken, was wir dadurch, was dadurch passiert ist. Guck mal. Der Brunnen ist, ist heruntergesackt und hier. Oh, hier geht es auch noch hinein. Oh. No. Ui. Ach, da seid ihr ja wieder. Hallo. Ich habe eure Freunde kennengelernt. Ah, hier ist wieder so ein Rätsel. Eins, drei. Nee. Eins, drei. Nee. Eins, drei, drei. Hatte ich mir das nicht vorhin aufgeschrieben? Ach, Mist. Drei, drei, vier. Fünf. Oh je, und wie war es jetzt? Eins, ne? Ja. Okay. Hallo. Ihr seid wach? Das ist sehr freulich. Okay. Und was jetzt? Oh nein. Die Reihenfolge, die hatte ich mir nicht aufgeschrieben. Oh, warte. So. Oh, meine Güte. Okay, dann lasst es mir ja versuchen. Nicht? Oh nein, das ist eine ganz andere Reihenfolge. Das war die von vorhin. Warte, warte, warte. Das hatte ich mir notiert. Ah. Oh, warte. Muss ich gucken. Wo habe ich das aufgeschrieben? Okay. Nee, hier nicht. Warte, da ist es. Okay. Also. Drei, vier. Eins, zwei. Drei, drei. Äh. Nochmal drei. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Eins, eins. Eins war es wohl. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Juhu. Juhu. Ein Schlüssel. Ja, cool. Danke euch. Okay. Ich hau mal wieder ab, ne? Oh, ja. Mensch. Man streckt's. Ui. Ja, super. Das heißt, wir können jetzt, äh, zurück zum Mond, ne? Trin, lalalala. Ach, guck mal, da war ja sogar ein Fisch drin. Hehe. Schön. So, ab zum Fisch. Äh, ab zum Raumschiff. Juhu. Was man nicht alles aus so einer, aus einem Pilz und einer zerschnittenen Wasserflasche machen kann, ne? Schön. Okay. So. Ja, aber wir wollen erst mal raus. So, und wir wollen den... Nein, nein, nein. Ich will... Ach, doch, hat geklappt. Gut. Okay, super. So, raus, bitte. Und... Dann gehen wir hier hinein. Jawohl. Zack. Hui. Hui. Hallo, wir sind wieder zurück. Ach, das geht noch nicht mehr, ne? So. Es wäre Nacht. Hui. Jetzt können wir das öffnen und den Schlüssel dort hineinpacken. Juhu. Das... Der Mond ändert seine Richtung. Nanu? Okay. Okay. Gehen wir mal raus. Äh, ja. So. Ins Raumschiff. Wo kommen wir jetzt zu diesem anderen Planeten? Das wäre natürlich cool. Ja, steig an. Okay. Okay. Ja. Ja. So, wir wollen raus ins Weltall. In die Tiefen des Eils. Ja. Oh, guck mal. Da sind noch mehrere andere Planeten. Ach, du liebe Zeit. Okay. Welchen nehmen wir denn jetzt? Äh. Hier kommen wir nicht hin. Da. Wir kommen immer nur in das hin. Ne, hat nicht geklappt. Wir kommen immer nur dorthin, wo... Was sich im Kreis befindet. Da, da, da. Ja. Hat das geklappt? Oh, ich hoffe es. Ja, hat geklappt. Okay. Was ist das? Äh. Macht er nicht von alleine? Doch. Okay. Okay. Hey. Habt ihr es gesehen? Was ist das hier für ein Ding? Hallo? Was? Ja. Das steigt mal aus. Was ist das für ein Ding hier? Ich glaube, es geht los. Das lässt sich nicht lösen. Hm. Probier's nochmal. Nein. Ist nicht. Okay. Da ist nichts mit anzufangen. Ah, hier auch nicht. Oh, warte mal. Hier können wir aber was hören. Lass mal hören. Apfel. Ah. B. C. Nix. Ich weiß jetzt nicht, was das zu bedeuten hat. Ja. Mit den Blumen. Oh, guck mal. Mit den Blumen können wir was machen. Juhu. Hier bestimmt auch. Na ja. Juhu. Da ist nix drin. Was war das? Hier können wir auch zuhören. Dann lass es uns tun. Das Rauschen des Windes. Hm. Hat er noch nicht so viel gebracht. Okay. Gut. Gehen wir erst mal zur Seite aus. Oh. Hallo. Wen haben wir denn da? Guck mal, da oben ist ein Papagei. Ach, meine Güte. Okay. Hi. Wer bist du? Guten Tag. Ich bin neu hier. Hast du was zu erzählen? Oh. Ja. Hast du. Blume, Biene? Blätter fallen ab. Blume. Oh. Hm. Die sieht mir aber nicht besonders freundlich aus, du. Die möchtest du haben? Okay. Nee, das möchte ich nicht. Okay. Gut. Können wir die mitnehmen? Nein, können wir nicht. Nein. Hm. Okay. Gehen wir mal hier unten hin, ob es da noch mehr zu entdecken gibt. Ja, guck mal hier, da ist eine Leiter nach unten. Äh. Wupp. Hüff. Okay. Da wird er hier ganz aufgeregt. Ahoi. Ahoi. Okay. Wir müssen die offensichtlich in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Kann das sein? Nein. Was? Dann noch einen. Was? Okay. Okay. Nee, Ahoi. Er wiederholt immer das, was er... Guck mal, er wiederholt das immer, ne? Nein. Hä? Wenn wir hier reinfolgen, hättest du das gern? Hier können wir auch noch weitergehen. Wie ist denn die Rechte rein? Hm. Okay, das weiß ich noch nicht. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Hui. Hallo, wie bist du denn? Okay. Okay. Ah, hier haben wir die... Hier haben wir die Blüte. Ah. Ja, okay. Was? Äh. Äh. Die Blüte verwelkt. Iiiiih. Lass mich raten, das müssen wir auffangen. Äh. 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 Jetzt kommt eine neue Blüte. Blüte. Jetzt möchtest du nicht mehr? Ach so, die Blüte muss erst bestäubt werden. Ja. Ja. Nee. Guck mal raus. Hier. Blütenpollen. Genau. Die Blüte bestäuben. Aber was jetzt? Ach so, die andere Blüte wahrscheinlich bestäuben, ne? Hm. So, Blüte. Da hin. Da hin. Hier hin. Jetzt verwelkt die Blüte. Oh. Das war gemein. Okay, wir müssen den Papageien zunächst darüber, äh, locken. Okay. So, die Blüte. Die Blüte. Die andere Blüte. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Verdammt. Das gibt's ja nicht. Okay. So. Oh. Er schläft. Was? Okay. Warum ist das ein Achievement? Es ist doch unglaublich. Okay, diese Blüte. Dann bitte auf diese Blüte. Ja. Okay. So, die Blüte müsste jetzt verwelken. Genau. Und wir sollten das Ding nehmen können, oder? Ja. Was können wir damit machen? Oh, nach oben rausziehen. Ja. Ja, wir haben einen bekommen. Okay. Äh. Da raucht es draus. Hier lässt es sich gut gehen. Was machen wir jetzt hier? Nee. Hi. Aber müsste die nicht... Nein, nein, nein. Bleib mal oben. Ah. Okay. Hier können wir jetzt nichts mehr mitmachen, ne? Nee. Geh mal wieder nach oben. Ich hätte gern herausgefunden, was hier oben los ist. Ja, okay. Da bist du dran. Ach, das ist einfach nur unser Weg nach oben, ne? Kann das sein? Okay. Gut. Was machen wir denn mit euch? Zack, zack. Hm. Welches ist die richtige Reihenfolge? Ja. 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 Was? Pssst. Verstehe ich nicht. Warum geht das nicht? Jetzt sagt er nichts. Ah, ah. Hm. Okay. Nein, will er nicht. Auch nicht. Nein. Kann ich denn irgendwas... Da ist ein... Das war die richtige Reihenfolge. Ja, cool. Ja, voll. Okay. Wir müssen einfach nur die Reihenfolge wiederholen. Da freut er sich. Okay. Ein Achievement. Okay. Das war... Entschuldigung. Ich war so still, weil... Ich habe mich darauf konzentriert, was er hier gesagt hat. Wie rum das gehen soll. Aber mehr haben wir jetzt irgendwie nicht davon. Ne. Okay. Wir können gehen. Wir können gehen. Wo gehen wir denn jetzt? Wo geht es denn wieder zurück? Äh. Ach, da geht es wieder zurück. Genau. So. Und nach oben. Dann können wir dem Händler oder was auch immer das ist, dieses Ding da geben. Und ja, mal gucken, wie uns das dann weiterbringt. Okay. Aber für heute, wir sind schon ein kleines bisschen drüber. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal, wenn wir Tee kochen. Also, so, guck mal in die Kamera und wink mal den Leuten und sag mal Tschüss, Wiedersehen, Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn wir Tee kochen.